jetzt geht es 137 1 halb 138 meter brichter für die führung aber hat gute verhältnisse dreht es wieder ja 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 gut war der aber nicht gut genug für stefan kraft nicht gut genug oh ja das schaut gut aus für den punk aber bis jetzt mein er bekommt tolle noten kennet lang ist schlechteste note 19 0 beste 19 5 130 1 halb meter aber weiten mäßig etwas zu kurz um die führung übernehmen zu können da wäre sicher ist da irgendwo beim heiböck mich einordnen punktemäßig schätze schauen wir rang zwei überholt michael heiböck nein überholt ihn nicht beide mit 9,4 punkten rückstand auf stefan kraft